Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen wieder Kreativ, Kreative, Kreativiserse, wie auch immer. Und ja, wir haben in der letzten Folge den Honig gefunden. Oder auch nicht. Wie macht... Oh nein. Das ist jetzt aber nicht so, wie ich es wollte. Aber ganz und gar nicht so, wie ich es wollte. Verdammt. Oh. Das ist ganz und gar nicht so, wie ich es wollte. Ja, ich habe mich ein bisschen ungehört. Ihr könnt hier, da das Spiel free to play ist, könnt ihr hier im Shop könnt ihr Sachen kaufen. Rezepte und so. So. Oh. Könnt ihr ja Rezepte kaufen, um neue Häuser und so zu bauen. So wie ich das jetzt hier gerade mache. Mit Ingame-Währung. Also, ihr seid natürlich nicht dran gebunden. Ihr könnt auch kreativ bauen. Ihr müsst jetzt natürlich hier nicht so, wie ich das hier mache, mit einem anderen bauen. Ihr könnt es auch ganz gemütlich, wie bei Minecraft selber, was hinpflanzen, so wie ihr es haben wollt. Aber ich finde, das hier ist schon eine schöne Lösung. Ich habe auch Kollegen, die spielen kein Minecraft, weil die so unkreativ sind. Weil sie nicht wissen, wie sie es bauen sollen. Und ja. Für die ist das dann eine ganz schöne Lösung. Ich weiß ja nicht, was es hier sonst noch so gibt. Sollte man vielleicht mal nachgucken. Warte mal. Was ist doch... Was ist das? Habe ich das schon? Machine. Ah, nice. Dafür brauche ich nur acht Steine. Vielleicht gebe dann etwas... Warte mal. Da oben. Da waren Steine. Vielleicht gebe dann etwas, womit man weiter verarbeiten kann. Wisst ihr? Wie so eine Workbench oder so. Also, wie bei Minecraft Workbench. Okay. Auch das hier. Dann kann ich jetzt... Ja, jetzt geht das. Ach so. Ah, man kann es noch upgraden. Ah, nice. Das ist ja cool gemacht. Das gefällt mir. Ah, dann kriegt halt mehr Power, das Ding. Alles klar. Gut zu wissen. So. Noch ein paar Steine. Zack. Und ja. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Warte mal. Was kommt denn nochmal? Crafting. Ist das das oder... Ne, das hier war es, ne? Aber... Aber wie mache ich halbe Dinger? Stone Slap. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ich bin so ein bisschen Kohle für. Woops. Okay. Okay. Äh, ja. Wie? Ich gehe mal gucken, ob es... Das ist. Was ich meine. So sieht das aus. Ich weiß nicht, was das ist. Das wollte ich nicht. Keine Ahnung. Müssen wir uns mal ein bisschen durchwurschteln. Oder ist es das doch? Ich würde fast bei oben kommen. Wir craften das einfach mal. So, drücken wir E für Inventar. Nehmen das mal einfach. Und Torschloss da ging aus. Und dann, ja, war richtig. Nice. So. Ah. Was ist denn? Inventory? Inventory. Ah, das kann ich jetzt machen. Ach, seht ihr? Ah, jetzt kann ich die halben machen. Nice. Okay, warte mal. Erstmal eben. Ich brauche Bienenwachs für eine Tür. Kann er das hier? Nee. Verdammt. Wieso kann er das nicht? Äh. Wenn ich das einfach mal... Nee. Verdammt. стан ich. Äh. Äh. Einen Ofen, ne? Ich weiß ja nicht. Das könnte ich hier zum Beispiel kaufen. Ich habe 450 dieser Punkte. Ich stehe nicht so auf das Wunden vor. Das sieht ja toll aus. Das kostet 500, das kann ich mir nicht leisten. Aber das könnte ich mir auch... Wie teuer sind denn solche Coins? 500 Coins. Was? Ja, geht aber noch. Ist noch bezahlbar. Rezepte. Oh, guck mal. Hier kann man wunderschöne Steine herstellen. Aha. Feuerwerk. Lava Packs. Okay. Wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Okay. Das ist jetzt ein Baumhaus. Drei bis vier Bilder. Da warten wir noch mal ein bisschen. Vielleicht. Okay. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich Honig herstelle. zwei, zwei, zwei. Zwei Steine, zwei Holz. Das mache ich jetzt einfach mal eben. So. Ähm. Zack. Dankeschön. Und. Zack. Ach so. Jetzt sägt er hier. Das dauert auch noch Zeit. Boah, das gefällt mir ganz gut, das Spiel. Ich glaube, das nimmt mir dauerhaft auf meinem Kanal mit auf. Oh, was war da hinten? Guck mal da. Auf geht's. Oh nein. Schade. Wir nehmen die Pilze mit. Wer weiß, wofür wir sie noch brauchen. Unsere kleine Hütte. Ist doch schon was schön. Oh, ist er fertig? Ja. Und zack. So. Das würde ich erstmal sagen, stellen wir hier draußen auf. Ähm. Crafting. Ähm. Da haben wir es. Oh, my craft. Nice. Ähm. Das ist die Nummer 5. Es geht nicht. Warum geht das nicht? Oh Mann, oh Mann. Was haben wir hier nur wieder gemacht? Das ist ein Grill, Forge. Also. Was brauchen wir dafür? 6, 6, 6. So. 1, 2, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Äh, was war es noch? Und diese Steine, die habe ich ja. Gut. Dann tun wir weiter machen. Wir hatten... Ich habe hier vorne eine Höhle gesehen. Wir sollten vielleicht mal reingehen. Warte mal. Nee. So. Packen wir jetzt mal hier rein. Dann gehen wir auf 3. Aha. Weg. Es stirbt. Oh, ich wollte schon sagen. Okay. So. Ups. Okay. Ich kann wohl anscheinend noch nicht so viel machen. Ich brauche erst das größere Ding. Aber ich weiß jetzt schon mal, dass das hier Fackeln sind. Legen wir nochmal... Zack. Hehe. Da hier noch eine hin. Und da noch eine hin. Er ist fertig. So. Stimmt. Ich glaube, ich brauche das hier. Und dafür fehlt uns die Kohle. Und die Kohle, die kriegen wir wahrscheinlich unten. Nein. Dann doch nochmal runter. Wir müssen weiter runter in die Ferne. Die, 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 die. So. Wird hier, was aussieht wie Kohle. Was bist du denn für einer? Nee. Auf dich habe ich keinen Bock. Weg. Nein. Nein. Wo haut der rein? Ich muss hier weg. Ja, komm mal an den Licht. Außer ab, ne? Komm her. Put, 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 put. Haha. Uh. Ich dachte, der bug da jetzt fest. Ja, was denn? Komm schon. Kann ich aber nochmal weiter unten gucken, ob ich hier irgendwo Kohle finde. Das sieht doch aus wie Kohle. Ja. Das sieht doch aus wie Kohle. Where? Oh, ja. Was ist das? Was? Kannst du dich da drauf machen? Was ist denn da? Fokus-Slot? Was ist denn ein Fokus-Slot? Äh Ich hab doch so einen Ich kann den nicht setzen, Leute Ich weiß nicht, warum Oje Das ist ja mal wieder Ah, Timberau bin hier So, die Folge ist eh Ende Ich guck mir jetzt erstmal ein paar Guides an Damit ich das hinkriege Und, ähm, ja Ich sage tschüss Und bis zum nächsten Mal, Leute Schaltet wieder ein, wenn es heißt Kreative Serse Was auch immer Da oben ist eine Truhe Die holen wir uns noch Und dann machen wir die Folge Ende Vielleicht Ich kann das auch nicht hier sitzen, ne Vielleicht brauche ich da noch was Oh, nice Eine Holiday-Mütze Die setzen wir nochmal eben auf Schickbar ist voll Ach, Mann Ja Was ist passiert, wenn ich T drücke? Okay Ah Nice Okay Ja gut, Leute Damit verabschieden wir uns Ich sage tschüss Und bis zum nächsten Mal Haut rein Amen